Intro Servus Freunde und herzlich willkommen hier zurück zu Nintendo Connect Und heute haben wir wieder ein Video zum legendären Jahr 2018 Und zwar ist jetzt Juni, diesmal kommt das Video tatsächlich mal pünktlich Heute ab dem 1. Juni könnt ihr ein schillerndes Zigarre runterladen Und zwar ganz einfach über das Internet ohne Code und so weiter Und apropos Codes, alle Gewinner wurden bereits kontaktiert, haben sich sehr gefreut und haben sie direkt eingelöst Demnach solltet ihr keine Nachricht von uns erhalten haben, vielleicht habt ihr beim nächsten Mal mehr Glück Ja, das schillernde Zigarre, diesmal bekommt ihr bei Ultra Sonne, Ultra Mond wieder ein Gold-Coron-Core-Kind dazu Es ist Level 100, hat die Fähigkeit Aura-Umkehr und die Attacken 1000 Pfeile, Wutanfall, Turbo-Tempo und Drachentanz Bei Sonne und Mond ist es wieder mal Level 60 nur, hat keinen Gold-Kronkorken Und ebenfalls die Fähigkeit Aura-Umkehr, die Attacken Bodengewalt, Giftblick, Bodyguard und Feuerohre So, und unseren Shiny-Freund hier noch in Aktion, dann war's das eigentlich auch von meiner Seite schon wieder Wir sehen uns zu einem neuen Video wieder, haut rein und bis zum nächsten Mal Tudelue Bis zum nächsten Mal.